Musik Ja, hi Leute! So, wir... Ja, hi, ne? Wir sind wieder mal hier, um ein bisschen zu daddeln und euch mitzunehmen, ne? Ja, holen euch, wie immer, um eine gewisse Uhrzeit, wo ihr vom Computer seid und uns einschaltet, so gesehen, hier halt ab, ne? So, zack. So, ja, richtig. Ich wollte eigentlich die zwei Symbole da tauschen, wegen der Leiter. Ja, ich nehme jetzt übrigens auch auf und stelle das Outmuch, so. Okay. Weil ich hab, ich hab, ähm, jetzt die Lara Croft-Dingern extra Ordner verfrachtet, nur um das jetzt aufnehmen zu können. Ja. Was für Arbeit ich nicht in mir hier mache. Echt mal. So, haben wir die letzte Quest eigentlich schon vorgelesen? Ähm. Das große Ei, das größte Ei, das war immer, ne? Ich glaub schon. Ja, Attacke. Dann einfach mal dahin. Bäm. Das müssen wir... Da wir hier auf der Karte so'n tollen... Dankeschön. So'n tollen, äh, gelben Pfeil sehen, der uns sehr instinktiv zu unserem Zielort bringt. Jocke... Oh! Ja, cool. Komm mal hier hoch. Äh, he, he, he. Kannst du das nicht? Doch. Ha, schaff. Boah. Ich schaffe immer die Bucky. Ich war und leck gerade so'n bisschen. Na, jetzt geht's. Äh, äh, ne. Toll, was hat das für Sinn gehabt? Ja. Egal. Da ist jetzt ein Stück über das Wasser gelaufen. Da haben wir ja eigentlich Zeit gespart. Guck mal, da drüben Bom. Ja, ist das nicht. Ach nee, da macht jemand... Nicht auf mich. Da ist es doch. Umbringen? Keine Ahnung. Ja, ne? Oh, bring. Also, wir brauchen das größte aller Zeit jedenfalls. Ja, wir sind Goblins. Ja, da ist das Eis. Oh, das ist... Das Wasser. Sogar Todskopf war wirklich gut. Ja. Ja, super, Manni. So, das haben wir jetzt gemacht. Oh Gott, der Sound ist wahnsinnig gut. Ich finde die Musik cool. Ich steh immer noch zu meinem Wort. Äh, das liegt auch, und zurück zum Spiel. Ähm... Aber es muss ja nicht so laut sein, dass ein Gebirnes wegknallt. Also... Ja... ta da ta da ta da tada da tada 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 McCain WIっ GITTS? Esjärr, it's järr nice to meet you and beautiful decrest wei my goblin, like you pewpemmen 지금 hehehe OH GOD It's so GREe its so GREe bewossipingなん oh's about on with island ohhh we beefs with island W бог, look how SHIYS i not know Ohhhhh Fiiiiiiih, Ausblenden! Ausblenden. Interface, Anzeige, Umhang, Ausblenden. Und so hell mach ich auch mal gleich weg. Wer ist jetzt alle so schön den Namen? Ja, sammelt fünf Heimteile. Oh, god. Oh, god, was geht hier? Ja, wir haben was mit den Eiern probiert. Spielkinder. So, allesamt Spielkinder. Ist das die da? Doch, hier. Das war doch sehr verkaufen. War es ernsthaft ein Verkäufer? Ja, wie ich den immer finde. Ich bin ja hier irgendwie dein Spielleiter im Game. Wie die Niroben verkaufen, sind dann nur Stoffwesten. Ja, wenn dann bitte Stylische. So, Heilkin, der Hammer. Ja klar, 5 Heilteile. Da, die kleinen Heil übrigens. Heil, Heil. Ich will doch einfach kaufen, ganz ehrlich, ey. Ja, ich hab noch nichts getötet. Ja, ja, wer's glaubt. Ich fang schon mal an, so. Abgesehen davon noch so je mehr E-TW. Stimmt gar nicht. Wer musste denn extra diese dämlichen Dinger da? Ah, äh, äh, wie heißen sie? Diese Bergkristalle oder was das nochmal war. Wuhu! Hahaha! Wie aber? Wie aber? Ne? Äh, 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 äh. Ich hab vergessen, was du eigentlich starten wollte. Wie können die überhaupt unter Wasser? Oh, ja, du hast... Ich hab aber natürlich viel mehr EP als du, weil... Äh, äh, äh... Ähm, der kann das nicht droppen, der kann das nicht droppen, der kann das nicht droppen. Der ist riesengroß, ich weiß. Hahaha! Und der hat ein bisschen viel Leben und so und macht bestimmt nicht schlechter. Ja, der kann das nicht droppen. Ja, Gott. Trägt doch auch nicht. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ja. Voll der große EP-Unterschied, ne? Hm. Dafür, dass ich mehr EP habe als du, ist es ganz schön gewaltig, ja. Ja, eigentlich müsstest du noch mehr haben, wenig. Ich hab ihn weitergespielt. Ja, theoretisch. Ich hab ihn weitergespielt. Das stimmt schon. So, und ich hab ne Idee, ne? Wir müssen doch eh die ersten fünf Level zum Beispiel nachholen. Ja, dann wollen wir dann andere Charter stellen, aber was willst du? Ja, müssen wir, ja. Dann machen wir aber nochmal die, so ziemlich, die Kopien von denen würd ich sagen, ne? Also. Und, äh, dann machen wir halt für mich die ersten fünf Level und für dich hängen wir dann noch zwei dran. Zum siebten Level. Weil die dir ja fehlen. Ich kann das noch nicht wirken. Ah, verstehe. Ich weiß nicht, wann wir das eigentlich machen. Wollen wir die, wann wollen wir die denn mal nachholen? Ja, keine Ahnung. Wochenende? Joa. Ich mein, das ist ja schnell gemacht. Ich brauche ein Ziel. Pusch. Gefräßiger Laura. Ey, aber weißt du, was das jetzt da... Bei dir geht's ja noch, weil du nimmst das jetzt das erste Mal quasi auf. Aber für mich ist das jetzt nicht eine Arbeit, das alles eigentlich so zu ordnen und hochzustellen und keine Ahnung. Ja, ich hab jetzt einfach, wie gesagt, die ganzen Let's Plays, die ich hier eigentlich noch hochstellen will. Eigentlich wollte ich das ja am Wochenende machen. Zumindest drei Folgen mindestens. Das Vieh ist so riesig, Mann. Ich denk, wir haben voll die Akro-Leiste. Ja, denk ich auch. Ey, wo bist du? Ach so. Ja, Leute, wir sind noch gar nicht fertig, oh Gott. Hm. Hab ich das jemals behauptet? Nee, aber ich weiß nicht. Wir sind so zielstrebig zur Küste geschwommen und ich hab gar nicht drauf geachtet. Äh, erst mal da hoch. Wir haben ja... Echt, ich hab ja eben gerade mit meiner kleinen Kicker gelevelt. Nein, aber... Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht. Willst du wohin er und sie? Ich bin außer Reichweite! Ich hol hier Haie. Dieser Kerl, ja. Dieser große Hai, meine ich. Das sind übrigens Summer-Haie, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da steht aber lauer. Lauererer. Ja, weil's ja auch. Da lauer. Also, wenn's ein Hai, den du looten kannst. Äh, ich mag diese Art von Haie nicht. Die sehen hässlich aus. Gibt's denn hübsche Haie? Eine Gegenfrage. Ja, der Killer-Wal. Oder wie der... Der ist aber für englisch groß, der Killer-Wal. Ja, aber er sieht zumindest schön aus. Ach, übrigens... So ein WoW with the Lich King hab ich mich nicht vor den Killer-Hal. Wegen diesen zwei Wegen, was sein Vater gesagt hat, ne? Dafür, dass wir aber da unter Wasser sind, sollten wir später ein Seepferdchen-Mount kriegen. Ja, genau. Ich hab mich auch erkundigt, genau. Ich hab aber irgendwie auf beiden Lady Westen gequästet. Okay. Aber momentan bin ich bei... Lady Vash, also hier irgendwie so ne Kampfenheit. Und hatte die übernommen, um mit der zu kämpfen. Ich kann das noch nicht wirken. Ganz ehrlich, irgendwie... Äh, ist das voll komisch, dass dieser riesige Hai... ... uns nicht angreift, ne? Ne, ne, dass der das nicht droppt, weil die kleinen Haie... Eigentlich müsste der dreimal so viel droppen, wie die kleinen. Vielleicht ist das jetzt zartes Fleisch. Steht nur nicht dabei. Und der große Hai ist natürlich kein junger Hai. Und den entsprechend, ähm, hat er nicht. Das ist wie mit Kaninchen-Fleisch mäßig. Ich meine, ab einem gewissen Alter schmeckt das anscheinend nicht mehr. Und deswegen werden die nur getötet, wenn sie noch jung sind. So, das ist meine Theorie. So, ab und gehen mal. Jetzt sollen wir den übrigens töten. So, ich geh mal kurz zu meinen Lehrer. Zischzündel, wo bist du weiter sonst? Das ist sogar, ähm, 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 na? Nicht mal so ne Gruppenquest mäßig. Also muss ja zu schaffen sein. Ich kann den Typen in der Frostnova. Also, ob's jetzt viel bringt weiß ich nicht. Ja, warte, wo ist mein Lehrer? Hey, da. Aber ich glaube, die Frostnova, das hat ja irgendwie keinen Sinn, weil sofort nach einem Held Feindel in Nahkampfreich weiter davon ab, sich zu bewegen und verursacht ein wenig Schaden, am liebsten seiner Nahkämpfern entgegnen will. Ähm, ja, aber eigentlich, so ist es die ganze Zeit. Oh, ganz ehrlich, wir kämpfen gar nicht direkt gegen den. Äh, willst du mich hier jetzt vereinbaren? Geh mal an diese Konsole. Ja, ich hab das grad von dir bekommen. Ja, du musst, naja, egal, ich tue den allein. Oder willst du mitmachen? Ich will mitmachen. Ja, dann komm hier her. Wo? Wo bist du? Ja, da wo ich bin. Ja, ja. Das ist ein mechanischer Blut alles auf pling pling. Ganz ehrlich, was mir auch noch so aufgefallen ist, die zerstörte Insel, ne? Die zerstörte Insel. Da war doch so ein Tunnel, wo ich meinte, mich würde mal interessieren, was dahinter ist. Und du hast gesagt, wir kommen da bestimmt durch und rausgekommen. Jetzt waren wir da aber überhaupt nicht drin, jetzt haben wir den Schiff weggefahren. Wir sind hier doch gerade in der verdammten Zerstörten. Ja, aber da war doch so ein Tunnel auf der Insel, wo bei uns kaputt gegangen ist. Ah, ich verstehe. Unsere Theorie war ja, da geht's dann raus, wenn wir weiter müssen. Ja, wie bei den Gnomen beispielsweise. Genau, genau. Irgendwo geht's ja raus. Aber das war ja gar nicht so. Irgendwie war der, keine Ahnung, aus welchen Gründen da. Hey, das ist zu anziehen, die behinderter Streitkopf und ins Zerz, aber immerhin hat er welche. Ja, super. Wie, der Zerz kann ich mit dem Sitz tragen. Naja, aber Zerz, die uns eigentlich nichts bringen, der hat Ausdauer und Beweglichkeit. Spricht wir bla am bla, irgendwann zu den Gnomen. Na scho. Scho, 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 scho. So. Hey, Izzy. Ja, bla bla, meine Freunde. My sister. Die ist voll der Jäger. Oh, die springt voll, wenn man die anspricht. Äh, anspricht. Wie geil. Sie ist Jäger. Und ich hab mich noch gefragt, soll ich Jäger oder Maria? Ach was, der ist auch Verkäufer, was hat der denn? Ach nee, der ist Bank, der ist Banker oder kein. Ja. Ja, wir haben halt sehr tolle Freunde. Mhm. Wir können doch unsere eigene Bank sein. Einmal pro Tag können wir doch unsere eigene Bank aufrufen. Meine ich stand da drinnen. Hä? Okay. Zeit ist Geld. Lasst euch eine Erhöhung der Angriffs- und Zaubertentro um ein Prozent auszahlen. Lol. Wie jetzt? Das heißt, ey, im Raid krieg ich Geld durchs Kasten, weil da willst du mich hier verarschen. Warte. Ich würd's auch mal wissen. Seid das Geld? Seid das Geld? Seid das Geld? Da. Lasst euch eine Erhöhung von Angriffs- und Zaubertempo. Äh, nee, du kannst Geld bezahlen dafür, dass du dein Zaubertempo erhöhst. Also du gibst keine Ahnung wie viel Geld ab, und dein Zaubertempo wie weit in einem Buff erhöht. Ist für Notfall bestimmt nicht vernünftig. Hallo. Den Naga-Bana-Eser. Wir findet ihr die besten Preise weit und breit. Oh. Ihr seid jederzeit. Ach, noch ne Quest. Noch ne Quest. Noch ne Quest. Hört ihr das? Na, ganz schön ist das auf dem Weg, um eure Verhandlung zu beenden. Geht mehr die Quest. Geht mehr die Quest. Was verkauft. Wir müssen die Bana holen. Ja, äh, trinken und essen. Wir müssen die holen und, ja. Es setzen aber das macht der Wohl automatisch. Wahrscheinlich. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ich probier's mal. Sonst wird's ja nicht leuchten. So, und wird automatisch ersetzt. Und der da kann die Haut drauf. Ich hab mir auch schon gesagt. Gut fest. Doch. Nichtуетt. Sieiert des TATE!